Hey, mach die Musik wieder an. Schönes Bike, eine Fireblade. Cooler Umbau. Ich hatte mal so eine ähnliche. Also Honda MD 770? Das ist ein Umbau einer Honda CBR 900R Fireblade mit 130 PS. Werden so um die 5.000 bis 7.000 gehandelt, je nach Zustand. Es gibt keine 770 MT von Honda. Dennoch weiß ich immer gern, wer vor mir steht. Janine Weiß, ich ermittle in einem Fall wegen Fahrerflucht. Und Sie sind? Marc Meier, aber der steht da ganz oben. Ist das Ihre? Nein, das ist ein Kundenauftrag. Kennen Sie die MC High Drivers? Die? Die haben ja aus verboten Affen. Haben Sie keine Angst vor denen? Angst? Jetzt sehe ich so aus, als hätte ich Angst vor denen. Wer einen Auftrag will, muss bezahlen. Ganz einfach. Was die Kunden privat machen, juckt mich überhaupt nicht. Kennen Sie dieses Bike oder war mal jemand damit bei Ihnen? Das Bike, das kenne ich. Gehört so einem Affen, der seine Maschine nicht richtig pflegt. Wissen Sie, wie der Affe heißt? Nein, wir hatten auch nicht das Vergnügen. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch nicht scharf drauf. Okay, danke. Motorräder sind schon was Geiles. Willst du mal Probe setzen? Ich bin ein bisschen aus der Übung. Meistens bin ich ja im Dienst. Man muss immer sein Bestes geben im Job. Haben Sie denn Zeit zu fahren? Den nehme ich mir ganz einfach. Hier bin ich rund um die Uhr erreichbar. Falls du mal Lust auf eine echte Halle hast. Krischkuss inklusive. Eigentlich mache ich das ja nicht. Ich auch nicht. Na gut. Dann bis.